WDR Zeitzeichen Stichtag heute 19. Oktober 1762 Die Einweihung von St. Michaelis, dem Hamburger Michel Seit sieben Uhr morgens schon läuten die Glocken der vier Hamburger Hauptkirchen. Schaulustige säumen die Straßen, während sich ein Festzug mit städtischen Würdenträgern in Prozession zur neuen St. Michaeliskirche bewegt. Die gesamte geistliche und weltliche Obrigkeit nimmt an der Einweihungszeremonie teil. Sechs Trompeten jubeln von den Emporen herab, begleitet von zwei Pauken. Georg Philipp Telemann hat ein Oratorium zur Einweihung des Gotteshauses komponiert. Der 81-Jährige bekleidet seit vielen Jahren das Amt des Direktor Musizis in der Stadt, betreut die Hauptkirchen, ist Kantor an der Gelehrten Schule des Johanneums und leitet die Oper. Fast opernhaft ist auch die Festtagsmusik. Zwölf Jahre sind seit dem verhängnisvollen Blitzschlag und dem Brand vergangen, der die St. Michaeliskirche 1750 in Schutt und Asche gelegt hat. Text und Musik rufen die Erinnerungen an den Brand noch einmal wach. Da blitzt und donnert es, da lodern wilde Flammen und fahren Geschrei und Dampf durch die Gassen. Das Oratorium macht erfahrbar, was nach Überzeugung der Lutherischen Kirche damals zu dem Unglück geführt hat. Die Sünden der Hamburgerinnen und Hamburger und ihre Gottlosigkeit. Das haben ja die Pastoren von den Kanzeln herab verkündet. Gott hat sich abgewandt und kaum wendet er sich ab, kommt dieses große Unglück. Der sitzt da wie so ein Vater Zeus oben im Himmel mit lauter Peitschen, Blitzen und Speeren und wirft die wie so ein wütender Despot auf die Erde herab. Erklärt Alexander Röder, Hauptpastor an St. Michaelis heute. Neun Tage nach dem Brand ruft der Rat der Stadt zu einem außerordentlichen Bußfast und Betage auf. Die Geistlichen sollen über die Geschichte von Sodom und Gomorra predigen und für den Wiederaufbau der Kirche sammeln. Friedrich Wagner von St. Michaelis gibt seiner Predigt den sprechenden Titel »Der gerechte Feuereifer Gottes über Hamburg« und erklärt darin die Stadt zum Sündenbabel. »Ist es nicht wahr, dass bei dem reichen Genüsse des leiblichen Guten auch Hoffart, Stolz, Pracht, Völlerei, Wollust, Üppigkeit und Übermut bei vielen in dir die Überhand genommen?« Die Spendenbereitschaft für den Wiederaufbau ist überwältigend. Das hat auch mit der besonderen Geschichte von St. Michaelis und ihrem Standort in der sogenannten Neustadt zu tun. Diese war erst im 17. Jahrhundert entstanden, als Hamburg nach Ende des Dreißigjährigen Krieges keine weiteren Einwanderer mehr aufnehmen konnte. 1661 hatte man dort die große, prächtige St. Michaeliskirche im Stil der Renaissance errichtet, die nach der Eingemeindung der Neustadt, knapp 25 Jahre später, die fünfte Hauptkirche Hamburgs wurde. Religionspolitisch war der Bau des Gotteshauses auch eine Machtdemonstration gewesen. Die Neustadt grenzt an Altona, damals eine dänische Stadt, in der Religionsfreiheit herrschte. Und dort durften eben die Katholiken, die Menoniten, die Reformierten, die Juden, alle durften dort ihre Tempel, ihre Synagogen, ihre Kirchen bauen. Und in Hamburg durfte man alles sein, Hauptsache man war lutherisch. Und insofern musste hier dann auch in der Neustadt an der Grenze zu Altona so ein Bollwerk des Luthertums errichtet werden. Und als das niedergebrannt war, war völlig klar, hier musste wieder eine große Kirche her. Zwei Architekten werden mit dem Neubau beauftragt. Der erfahrene Steinmetz Johann Leonhard Prey, der schon am Bau anderer Kirchen in Hamburg mitgewirkt hat, und der technisch versierte, aber noch unbekannte Ernst-Georg Sunin. Der hatte gute Freunde und hatte Vitamin B, um es mal deutlich zu sagen. Die haben ihn beim Senat dann empfohlen. Er hatte bis dahin nur eine Brauerei gebaut. Prey und Sunin orientieren sich bei ihrem Bau an der barocken Dresdner Frauenkirche. Sie nutzen die Fundamente des alten Gotteshauses, ergänzen diese durch zwei kurze Querarme und verlegen die Innenpfeiler nach außen, sodass über einem kreuzförmigen Grundriss ein Zentralraum entsteht. Es gab, wie später bei der Elbphilharmonie, Jahrhunderte später, einen wahnsinnigen Streit um das Dach, ob das abgesenkt werden kann auf die vier Pfeiler, die das ganze Gebäude tragen. Der eine sagte, das geht nicht, der andere sagte, ich habe es berechnet, das geht. Und dann ruhte zwei Jahre die Baustelle. Erst nach dem Tod Preys 1757, als Sunin allein verantwortlich ist, geht es flotter voran. Und am 19. Oktober 1762 kann schließlich die Einweihung der neuen St. Michaeliskirche gefeiert werden. Der Michel ist doch was Besonderes, weil er auch eine andere Art von Architektur hat und sehr hell ist und nicht so diese gotische Überwältigungsarchitektur, wo man sich als Gläubiger klein fühlt, sondern man fühlt sich vom Raum quasi umarmt. So empfinde ich das. Und es besteht selbst bei kirchenfernen Menschen eine sehr starke emotionale Bindung. Jörg Endebrock ist Kantor am Michel, wie die Hamburger die St. Michaeliskirche gerne nennen. In der Architektur spiegelt sich die Idee der protestantischen Theologie des 18. Jahrhunderts. Durch die Anordnung der Emporen wirkt der Raum beinahe rund und ist zentriert auf die Kanzel, auf die Predigt des Pastors. Auch das Gestühl ist ja zum Teil falschrum, in Anführungsstrichen, immer auf die Kanzel hin ausgerichtet. Das hat auch sowas Theaterhaftes. Anders als die mit Kunstwerken überladenen Barockkirchen im katholischen Österreich und in Bayern ist die Innenausstattung auf Wunsch der Architekten vergleichsweise schlicht. Die in Weiß gehaltenen Wände und Decken sind einzig mit Stuck verziert. Sunin hat gesagt, es soll konzentriert sein auf die Prinzipalstücke einer Kirche. Kanzel, Altar, Taufbecken, Orgel, das reicht. Hinzu kommt, es gibt dem Michel keine Buntglasscheiben, wie eine mystische Raumatmosphäre schaffen würden, sondern Klaglasfenster, sagt Alexander Röder. Das war ja nicht, wir sind jetzt so protestantisch und wir wollen keine Buntglassfenster mehr, sondern wir sind so aufgeklärt. Wir wollen die Welt draußen sichtbar machen, auch mit dem Sonnenstand, auch mit Wolken, auch mit Bäumen und Häusern. Der Sonnenstand ändert sich im Laufe eines Gottesdienstes unentwegt und entwirft neue Bilder in der Kirche mit Schattenwirkungen des Stucks. Und das ist das Prinzip gewesen dieses weißen Raumes. Bei der Einweihung von St. Michaelis 1762 fehlt noch der Turm. Das ist nichts Ungewöhnliches damals. Seit dem Mittelalter werden Kirchen oft schon geweiht, wenn der Altarraum fertig ist und man dort Gottesdienst feiern kann. In Hamburg jedoch dauert es 24 lange Jahre. Erst herrscht Uneinigkeit über die Entwürfe Sunnins, dann verzögern sich die Arbeiten durch die Wirtschaftskrise infolge des Siebenjährigen Krieges. Bis der Michelturm 1786 endlich eingeweiht werden kann. Und da schrieb Karl Philipp Emanuel Bach, der Telemanns Nachfolger war, ein weiteres Oratorium. Es ist eine Generation weiter, es ist der galante Stil, aber es ist beides wirklich fantastische Musik, eben auch, weil es so stark mit diesem Ort verbunden ist. Mit seinem roten Backsteinsockel, dem kupferverkleideten Aufsatz mit Glocken und Uhrgeschoss, der offenen Säulenrotunde und der abschließenden grünen Kuppel mit ihrer langen Spitze, fällt der Turm stilistisch aus dem Rahmen. Er verweist schon auf den Klassizismus und ist mit 132 Metern höher als die anderen Kirchtürme in Hamburg. Der Micheltürmer bläst einen Choral hinüber in die Stadt. Zweimal am Tag erfüllt er eine über 300 Jahre alte Tradition. Josef Töne hat gerade sein 30-jähriges Dienstjubiläum gefeiert. Angefangen hat er, da war er noch Student, als der Türmer damals gerade eine Vertretung brauchte. Und ein paar Jahre später war dann die Diskussion in der Gemeinde, lässt man diese Tradition fortlaufen oder einschlafen? Und so kam es, dass mein Kollege und ich uns dann ein Konzept überlegt haben, weil die Problematik liegt ja darin, dass jeden Tag, 365 Tage im Jahr, muss jemand Zeit und Lust haben, herzukommen und einen Choral zu spielen. Und das auf die Minute pünktlich. Ob es stürmt oder schneit, um 10 Uhr morgens und um 21 Uhr abends bläst der Türmer. Jetzt sind wieder mehr Touristen in der Stadt. Und da sehen Sie da unten gleich so eine sehr, sehr große Gruppe. Und die warten dann, das ist auch in den Preiseführern angekündigt worden. Es ist einer der besten Ausblicke über Hamburg, weil man für den Hafen über die Elbphilharmonie bis hinten zum Fernsehturm eigentlich alles sieht, über die Speicherstadt, ja, eindrücklich. Wunderschön. Der markante Michelturm entwickelt sich im 18. Jahrhundert schnell zum Wahrzeichen der Stadt. Weil er für die vielen Menschen, die noch zur See fuhren damals, als erstes und als letztes von Hamburg sichtbar war und sich so in die Herzen der Menschen hinein geschrieben hat. Mit der großen hellen Kirche dagegen tut sich die Bevölkerung im Stadtteil zunächst schwer. Das war so ähnlich, als sollten wir als Normalbürger plötzlich ins Schloss gehen und uns dort wohlfühlen. Diese Kirche war nicht die Kirche der Leute hier. Sie waren stolz auf den Turm, aber es gab eine Scheu, da reinzugehen. Denn in der Neustadt wohnen seit jeher viele Arme, mehr als in den anderen Kirchspielen Hamburgs. Darauf verweist schon ein Vers aus dem 17. Jahrhundert. Es waren eben tatsächlich kleine Gewerbetreibende und es waren vor allem diese vielen Flüchtlinge, die hier untergebracht waren. Die kamen mit dem, was sie am Leibe trugen. Die Kirchenhistorikerin Ruth Albrecht bezeichnet die sozialen Verhältnisse, die zu dieser Zeit im Umfeld des Michel herrschen, als bedrückend. Fachwerkhäuser, sehr niedrig, sehr enge Bebauung, keine Kanalisation. Eine Ansiedelung von ungeheuer vielen Menschen in sehr unklaren sozialen Verhältnissen. Oft auf der Straße leben wenig Schulen und eben Gelegenheitsarbeiter für den großen Hafenbetrieb. Erst ein Jahrhundert später, nach der Cholera-Epidemie im Jahr 1892, investiert Hamburg in die Sanierung der Neustadt. 1906 geriet St. Michaelis erneut in die Schlagzeilen. Wieder durch einen Brand, der die Kirche vollständig zerstört. Bei Reparaturarbeiten am Turm war unbemerkt eine Lötlampe umgefallen. Man hatte einen Holzfußboden. Dieser Holzfußboden war gedämmt mit Torf. Und diese Lötlampe hat diesen Torf entzündet. Und dann war alles zu spät. Dann konnte der arme Türmer nur noch SOS morsen. Von oben ist ja leider dabei ums Leben gekommen. So wie nach dem Brand 1750 fordert die Stadt auch diesmal wieder die Bevölkerung auf, für den Neubau von St. Michaelis zu spenden. Und auch diesmal ist die Bereitschaft immens. Architekten und Kunsthistoriker plädieren für eine neue Michaeliskirche im Stil der Jahrhundertwende. Aber dagegen erhebt sich massiver Protest. Die Mehrheit der Hamburger wünscht sich den alten Michel zurück. Und so geschieht es dann auch mit gewissen Korrekturen. Man legt mehr Wert auf Prunk und Protz. Alles, was vorher mit einheimischen Baumitteln gebaut worden ist, nur mit Backstein, mit Eichenholz und mit Sandstein, der auch aus Norddeutschland stammte, kam jetzt Deutschland als Weltmacht, als Kolonialmacht ins Spiel. Es musste Marmor sein. Es wurde kein Eichenholz mehr verwendet, sondern Tiekholz. Man wollte zeigen, man war wer. Und der Kaiser hat Geld gewährt, hat seine Werkstätten in Berlin zur Verfügung gestellt, um das alles neu zu schaffen. Das war alles ein bisschen gröber als zuvor, aber es war auch der Geschmack der Zeit. Am 19. Oktober 1912, auf den Tag genau 150 Jahre nach der Einweihung der 2. Michaeliskirche, findet der Festgottesdienst für die 3. St. Michaeliskirche statt, in Anwesenheit des Kaisers. Lass endlich, bis du einst auf dem bevölkten Stuhl der Herrlichkeit erscheinst, dein Hamburg und in ihm auch diesen Tempel dauren. Doch dieser Wunsch nach Dauer, von Telemann vor 260 Jahren so eindrücklich musikalisch untermalt, erfüllt sich nicht. Im Zweiten Weltkrieg verwüsten Sprengbomben das Kirchenschiff. Der Turm aber bleibt annähernd unbeschädigt. Heute erstrahlt St. Michaelis wieder in neuem Glanz. Ein Schmuckstück der Hansestadt, das große Wohnzimmer für feierliche Anlässe, wie Hafengeburtstag und Volkstrauertag. Und für viele Bürgerinnen und Bürger einfach ihr Michel, dem sich längst alle Hamburger, auch die in der Neustadt, verbunden fühlen. Der Turmer Josef Töne erlebt das jeden Tag. Da hinten steht immer ein Mensch auf dem Balkon, der ist jeden Tag da. Das scheint ein älterer Herr in Rente zu sein. Da macht man sich schon richtig Sorgen, wenn er nicht da ist. Im Zeitzeichen erinnerte Heide Soltau an die Einweihung der Hamburger Kirche St. Michaelis, heute vor 260 Jahren. Redaktion Gesa Rünker